So, wir kriegen ein paar Aktivistinnen. Tatsächlich. Und ein paar fanatische Supporter haben wir. Ein paar. Ja, wir können jetzt Wahlversprechen machen. Kostet jeweils ein. Was haben wir denn da? Ja, die Einkommensteuer um 25% senken. Würde ich nicht machen. Aber jetzt wird uns auch die Current Value angezeigt. Das ist ganz schön. Ah ja. Dann Human Development raised by 25%. Also das nochmal, das ist fast illusorisch. Ja, zumal wir denn bei über 100% wären. Ich glaube, wir haben gerade 48%. Äh, Secularity of Education raised by 50%. Da sind wir im Moment. Also, raise heißt. Ah, also wirklich hier in dem Bereich säkular. Da sind wir im Moment. Nur ein Science Emphasis. Spannend. Das ist auch der, Horst, die merkt es auch gerade an. Das ist auch ziemlich genau der Bereich, den er spannend finden würde. Das könnten wir versprechen. Das würde mir gefallen. Die Frage ist, ob wir die 50% hinkriegen. Aber eigentlich ist es jetzt auch nur eine Entscheidung von uns da, auf 100% zu gehen. Ich weiß, ich habe jetzt gerade nicht mehr so richtig im Kopf, was es uns kostet. Das wird wahrscheinlich hier 18 sein oder vielleicht 36. Aber, ja, teuer. Aber wir haben eine, wir haben vier Jahre Zeit. Ja. Aber wenn wir wirklich auf 100% gehen wollen, ist das eine ganze Menge politisches Kapital, was wir dafür brauchen. Ja. Aber im Grundsatz her, vom Grundsatz her, glaube ich, passt es gut zu. Das ist eine Frage. Das stimmt. Das heißt, das versprechen wir mal. So, Executive Term Limit. Das ist die Beschränkung. Wir haben im Moment keine, keine Beschränkung. Wir könnten es runtersetzen. Brauchen wir 15 Kapital auf 5 Wahlperioden. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, wir sind ja eine Doppelspitze, könnten damit nur viermal wiedergewählt werden. Könnte man überlegen. Ja. Equality raised by 50% ist wahrscheinlich kaum zu erreichen. Sind wir mit Gender Equality? 25, so mit unserer Doppelspitze? Sind wir schon sehr, sehr hoch. Bei 74%. Steigt weiter durch. Hm? Es gab jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Vorschläge, wie man in dem Bereich noch politisch eingreifen kann. Also ich glaube, es gab da irgendwas mit den, in den Aufsichträten oder in diesen Chefetagen der Unternehmen. Da waren so ein paar Sachen drin. Ja. Aber ich wüsste nicht, was wir tun sollten tatsächlich, um diese 99% zu erreichen. Hm. Ja, dann, wir könnten die, äh, die Unterstützung der Arbeitslosen, äh, um 50% erhöhen. Das würde uns eine Milliarde kosten. Weiß ich nicht, wir können es gar nicht so hoch erhöhen, um 25%. Müssten wir es auf voll gehen. Das würde uns 16 politisches Kapital kosten und, äh, 1,3 Milliarden. Ja, ich glaube, dass uns auch nur die reine Erhöhung des Arbeitslosengeldes nicht hilft. Nee. Also weder, weder um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, noch um Leute tatsächlich dabei zu unterstützen, Dinge zu machen, die sie gut können oder neue Dinge zu lernen. Ja. Property Tax würde ich nicht cutten wollen, genauso wenig wie die Tabakotax oder Alkohol-Law, äh, runterzusetzen. Um hier die drei direkt einmal anzusetzen. Ja, die drei, ja, die bin ich auch. Das war, äh, es würde uns eigentlich nur, äh, dass wir uns selbst, äh, sagen, dass wir nicht ewig wedergewählt werden können. Ich finde die, die Geschichte mit der Income Tax, also mit der Einkommenssteuer, eigentlich ganz interessant. Da müssten wir allerdings noch die anderen Steuergesetzgebungen mit anfassen, vermute ich. Wir haben momentan, äh, das ist eines unserer Probleme auch mit den mittleren Einkommen. Die werden momentan überproportional belastet. Mhm. Und da wäre die Frage, ob wir an der Einkommenssteuer ein Stück weit drehen und dafür dann, was weiß ich, über die Verbrauchersteuern gehen. Lieber dann dort ein bisschen nachjustieren. Können wir machen? Wollen wir das so versprechen? Ist die Frage. Ich finde, ich finde halt die 25% auch ganz schön krass. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt mal anfasse und jetzt einfach mal, ich gehe jetzt mal von den 44 aus, das heißt, ich müsste um 11% senken auf 33. Äh, im Moment, wir haben im Moment 78 und jetzt gehe ich mal auf 33 runter. Äh, fast 20 Milliarden Einnahmen. Das ist schwer zu kompensieren. Fürchte ich. Ich wäre dafür, da durchaus ein bisschen was zu spielen, aber nicht um so einen krassen Faktor. Ja, wir sind die 25% auch zu viel. Also würden wir da über 10% oder von mir aus auch noch über 15% reden, könnte ich mir das auch gut vorstellen. 25% finde ich auch ein bisschen krass. Ja. Ähm. Ja, bei anderen Sachen, die uns so wichtig sind, da sind wir ja echt schon gut aufgestellt. Mhm. Also ich würde vielleicht noch Executive Term Limit einfach versprechen. Ja. Versprechen. Es kostet uns 15, da hinzukommen. Aber wie, da geht's? Ja. Warum gehen jetzt die Demokratie und der Liberalismus zurück? Der, nein, der geht nicht zurück. Der ist im Moment, der ist im Moment, der ist im Moment minus 10. Wenn ich's runtersetze, ändert es sich auf minus 1,3. Entschuldigung, ich hab nicht gesehen, ich hab diesen kleinen hellroten Bereich nicht wahrgenommen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Irgendwann muss auch mal Schluss sein, man muss auch mal in Rente gehen dürfen. Genau, dann machen wir doch mal das hier auch. Die Liberalen finden's super. Okay, dann haben wir zwei Wahlversprechen gemacht, haben wir noch acht. Wollen wir noch irgendwas anfassen oder was einführen oder nehmen wir die mit rüber? Nach der Wahl. Und dann, wir werden nach der Wahl genug politisches Kapital benötigen, deswegen, wir haben ein großes vor. Ich bin, ich bin jetzt so gespannt, ich bin so gespannt, was, was die Wahl ergibt. Ähm, also unsere Popularität ist wieder sehr, sehr hoch. Ähm, wir gucken nochmal auf den Kompass. Hier haben wir einmal so einen Schlenker nach links gemacht. Hm, ich bin gespannt, also auf zur Wahl. Okay, the Science Party, Property Rights Party ist so unser größter Kompetitor. Die Democratic Party existiert fast gar nicht und ich bin gespannt, was bei Non-Voters bei rauskommt. Äh, wir haben uns auch nicht um irgendwelche Boosts gekümmert oder so, aber gucken wir, was passiert. Oha. 97% der Mehrheit, aber wir haben nur eine Wahlbeteiligung von 54%, was nicht total unrealistisch ist. Naja, wenn man versucht, Emotionsarm zu spielen, kriegst du halt auch nicht so wahnsinnig viele Leute. Wir haben ja auch kaum Aktivistinnen und Aktivisten, das merkt man auch. Und was wir jetzt schaffen, zumindest hat es beim letzten Mal funktioniert, da waren wir allerdings mit der Ferne zum politischen System oder der Beteiligung nicht so krass aufgestellt, wie jetzt in der Version von Democracy 4. Das letzte Mal haben wir versucht, dann wirklich über Demokratieförderung reinzugehen. Ja. Könnten wir auch machen. Um die Leute einfach wieder mehr dazu zu kriegen, das ist ja auch so ein bisschen die Idee der neuen Bürgerräte, die der Bundestagspräsident da vorgeschlagen hat. Also einfach die Leute mehr mitnehmen, mehr einbeziehen, damit sie wirklich auch Bock haben, zu entscheiden und auch in die Debatte. Gucken wir uns mal einen Breakdown an, wie sieht es denn da aus? Das ist, äh, Kapitalisten haben uns zu 57% gewählt, aber die haben auch die andere Partei. Ist jetzt keine Gruppe, die besonders hervorsticht jetzt spontan. In keine Richtung auch. Also die Selbstständigen, ja, da ist es vielleicht ein bisschen ausgeprägter, aber ich glaube, das kriegen wir auch in den Griff mit dem einen oder anderen Ansatz. Gucken wir uns an, was wir an Changes gemacht haben. Wir haben die Kriminalität krass runtergesetzt, genau wie die Gewaltverbrechen, Tourismus ist krass gestiegen, Alkoholkonsum krass nach unten. Wir sind immer noch nicht fertig mit dem Alkoholmissbrauch. Wir sind eher in eine pflanzenbasierte Ernährung rübergegangen. Unsere Währung ist stark nach oben gegangen, krass. Also die Stärke der Währung. Immigration, also Einwanderung gestiegen. Der Lebensmittelpreis ist gesunken, tatsächlich. Es ist so spannend, weil wir, also wir haben gar nicht auf diese Sachen so direkt geguckt, aber das ist ja etwas, was wir im Prinzip intendiert ist. Unser Bruttoinlandsprodukt ist um 20, 22 Prozent gestiegen. Stabilität hoch. Lebenserwartung hoch. Ja, gesundes Essen, weniger Tabak, weil besteuert, weniger Alkohol, weil besteuert. Ja. Unsere Population ist gestiegen, krass. Gesundheit ist nach oben gegangen, auch wegen diesem Investment aus dem Ausland nach oben, das ist schön. Produktivität hoch, die Geschlechtergerechtigkeit hoch, der Konsum von legalen Drogen hoch, der Ölpreis ist gefallen, Healthcare-Demand ist runtergegangen, der Umwelt geht es schlechter, CO2-Emissionen sind aber gestiegen und die Arbeitslosigkeit ist gefallen, die Verbindungen nach außen sind gestiegen, Auswanderung ist gefallen, privater Hausbesitz ist gestiegen, Telekom-Industrie ist gestiegen, Gleichberechtigung ist gestiegen, die Poor-Earnings sind hochgegangen, das ist schön, Demokratie ist nach oben gegangen, Busbenutzung hoch, Human Development ist hoch, Industrielle Automation ist runter, Ölbedarf ist 7% hoch, Elektrik, elektrische Autos ist nach oben gegangen, private Pensionen hoch, die ethnischen Spannungen sind runter, die hohen Einkommen sind hoch, das ist ein bisschen gesunken, Technologie ist gestiegen, das ist schön, Verkehrsverstopfung runter, Flugverkehr hoch, gut, Tabakkonsum runter, Energieeffizienz haben wir kaum, haben wir eigentlich so gut wie nicht angefasst, ist gestiegen, Löhne sind leicht gestiegen, Korruption ist gefallen, Privatschulen, Wasserindustrie, Tja, hier kommen wir jetzt in die, mittleren Einkommen sind ganz leicht gefallen, und unsere, das Vertrauen in unsere Wirtschaft ist ganz leicht gefallen, Internetgeschwindigkeit plus 1%, ja, genau, ok, also so im Großen und Ganzen gar nicht schlecht, ja, besser als erwartet, ehrlich gesagt, ja, für mich, Post-Election-Shuffle, so, wir haben hier, Kerstin Böhm, Foreign Affairs Minister, Loyalty, also die Loyalität 93%, die ist grün, das heißt, die ist auf unserer Seite, wir kriegen 2,3% politischen Einfluss von ihr, das ist super, unser Welfärminister, nur 27%, Gewerkschafter und die Jugend, ist seine, sind seine Fokusgruppen, von ihm kriegen wir nur 0,5%, wäre ein Kandidat, um ihn rauszuwerfen, ja, Ökonomie, 49%, vielleicht kriegen wir die noch, er hat viel Erfahrung, ja, also ich kann mir gut vorstellen, über, äh, Liberalismus, auch so ein bisschen, Landwirtschaft, kann man einiges noch machen, äh, Filzgleiter, herzlichen Dank, dass du, äh, dem Kanal folgst, und herzlich willkommen in unserer, kleinen Politikrunde, schön, dass du da bist, und das auf Knopf gedrückt hast, ja, Bertha, genau, also, äh, können wir mal gucken, ich gehe mal einmal alle fix durch, Bertha Schulz, ähm, 83% Loyalität, Sozialisten und die Pensionierten, von ihr kriegen wir 2, politisches Kapital, das ist, toll, Public Service Minister, der hat auch schon rumgemeckert, und so, Loyalität nur 15, auch nur plus, 5, Patrioten und Kapitalisten, das sind so 2, Gruppen, also vor allem mit Patrioten, haben wir jetzt keine Politik dafür gemacht, ähm, die Law and Order Ministerin, 79% Loyalität, äh, staatliche Angestellte und Umweltschützer, interessant, Fokus, Sympathien, würde ich, sie ist grün, sie, also grün vom Hintergrund her, also, äh, und hier Julia Keller, Transportminister, 49% Loyalität, Liberale und Eltern, kriegen wir auch nur einen von, tja, also, Public Service und Welfare, würde ich austauschen wollen, ja, wobei ihn vielleicht sogar, naja, so viel Erfahrung hat er jetzt auch nicht, also 48, das wird noch besser, aber er ist mit der Loyalität so weit unten, und die Sympathien sind so schlecht, da würde ich sagen, der kann weg, Ich bin sogar dafür, beide auszutauschen, das liegt aber darin, dass ich gerade nicht so richtig einschätzen kann, wie lange wir brauchen, um ihn, dem Welfare-Minister, halbwegs glücklich zu stimmen. Ja, ja, jetzt die Frage, Julia Keller, hat nicht so wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt, in ihrer Zeit, Experience 30%, Liberale und Eltern sind aber interessante Gruppen, ähm, sie hat ziemlich viel Erfahrung, und Pharma und Liberale sind vielleicht für uns durchaus zu erreichen. Was meinst du? Also ich bin dafür, die beiden Herren in der Wunde zu feuern. Alles klar. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Dann werfen wir doch mal die beiden Herren raus. Zum Thema Gender Equality? Ja. Mal gucken. Mal gucken. Und schauen, wer sich eignet. So. Welfare-Minister. Und da gehen wir mal nach Loyalty. Jo. Jetzt gucke ich erst mal hier vorne, ähm, ob jemand tatsächlich Welfare gerne sein möchte. Und da sehe ich auch erst relativ weit unten jemanden, der, äh, der, äh, der, äh, der Welfare-Ministerin sein möchte. Ilona Schuster. Hat nicht so eine hohe Loyalität. Autofahrer und Liberale. Ähm. Ich habe mal ein interessantes Experiment. Also sie ist besser geeignet, das ist der Vorgänger. Ja. Loyalität werden wir unterarbeiten müssen, da ist die Frage, wie viel wir mit AutofahrerInnen ansteigen können, wobei wir die ja schon damit glücklich machen, dass es sie nicht mehr so viel kostet oder wir irgendwelche anderen Sachen unterstützen. Und sie wäre auch eine Frau. Das stimmt, ist die Frage. Lassen wir uns vom Geschlecht leiten oder ist uns das Geschlecht an der Stelle jetzt egal? Weil wir ja wirklich nur diese drei Auswahlebenen haben, Loyalität, Erfahrung und Wahlkampf. Ja, ich würde sie nehmen. Das ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Weil ich glaube, wir würden, Autofahrer finden ja auch einige Sachen, die wir einführen, nicht schlecht. Also, ich glaube auch. Also ich würde auch zu ihr tendieren, vor allem, weil sie auch tatsächlich Welfare machen. Ja, dann würde ich sie anheuern. Dann ist Ilona Schuster, unsere Welfare-Ministerin. Gucken wir mal, wie es bei Public Service aussieht. Loyalty. Da hätten wir den Herren Ehrenmeier. Religiöse und Kapitalisten sind schwere Sympathien. Ob wir die einfahren können, glaube ich, passt nicht. Nee. Und ansonsten dauert es relativ lange, bis jemand Public Services machen möchte. Und da haben wir die Pensionierten und die Sozialisten. Kein Campaigning und kaum Erfahrung. Und nur mittlere Loyalität. Oder ihn, den wir gerade gefeuert haben. Da würde ich lieber den ganz oben auf der Liste nehmen und einfach mal gucken, wie weit wir damit durchkommen. Vielleicht lässt er sich ja auch noch überzeugen. Religiöse und Kapitalisten, besonders weil wir ein Versprechen gegeben haben, dass den Religiösen überhaupt nicht gefallen wird. Aber wir haben auch ein paar Sachen dabei, die den Kapitalisten gefallen könnten. Und momentan ist seine Loyalität erstaunlich hoch dafür, dass wir so viele Sachen gemacht haben vorher schon, die eigentlich diesen beiden Gruppen nicht gefallen haben. Also das wäre so ein bisschen ein Experiment. Ja, gucken wir mal. Wir können ihn immer noch rauswerfen, wenn er kacke wird. Und der Absatz ist ein Mann. Dann holen wir uns, genau, dann holen wir uns trotzdem nochmal einen Mann ins Kabinett. Wir sind uns nicht sicher, ob das männliche Geschlecht überhaupt in der Lage ist, so viel Politik-Sachen zu machen. Wir werden es aber mit ihm mal riskieren. Ja, finde ich ein schönes Kabinett. Oh. Zur Wahl ist das Phänomen des Alkoholmissbrauches zu Ende. Was uns groß, also die Kriminalität krass nach unten, also nach unten korrigiert, die Gesundheit nach oben. Super. Situation imminent. Real Estate Bubble. Oha. Da müssen wir was gegen tun. Das steigt. Müssen wir uns um die Wohnungssituation kümmern. Wir haben ein Dilemma. Expand Public Rights of Way. Das ist diese Geschichte, die wir schon mal hatten. Also, dass Wanderer und Spaziergänger und Wanderer ausgeschlossen werden, weil ganz viel Privatbesitz als Privatbesitz angesehen werden. Sozialistische Campaigner haben dagegen protestiert und sagen, dass man das öffentliche Recht des Weges achten soll. Und dann können wir machen take no action, dass privates Land privates Land ist. Egal, ob es Farmland ist, industriell genutztes Land oder jemals Garten. Ja, und auf der anderen Seite, unser Land hat so viel Privatbesitz, das kann nicht sein, dass die Leute sich so weit eingeschränkt werden, um die schöne Landschaft zu genießen. Ist wieder so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Erstmal, ich muss mal, der Horstie hat Geld, nicht Geld, Kanalpunkte gibt es ja fürs Zusehen, die kosten kein Geld. Aber Horstie hat, wie es ihm aufgetragen wurde von Romy, Kanalpunkte ausgegeben, damit ich genug trinke. Also ein Schlückchen Wasser. Herzlichen Dank, Horstie. Außerdem hat er die Verantwortung übernommen. Er hat die Verantwortung übernommen, korrekt. Ich bin immer sehr, sehr krass mit meinen Formulierungen, danke für die Korrektur. Ja, da wiederum bin ich ein bisschen krass, weil ich häufig in diesen Situationen bin, wo super aufgeregte Leute über irgendein ganz wichtiges Thema diskutieren. Und ich versuche, irgendwie zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Das mache ich eigentlich den ganzen Tag und deswegen bin ich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen sprachlich affin. Ja, was machen wir hier? Wir haben halt keine Variante 3. Und weil wir keine Variante 3 haben, wäre ich für Expand Rights of Way. Also, dass man nicht alles zumauern darf, sondern dass es gewisse Beschränkungen darüber gibt, was alles Privatbesitz sein darf, beziehungsweise an einigen Stellen muss man auch Wanderer durchlassen und vielleicht mal einen Wanderweg und sowas dahin organisieren. Oder Seezugänge oder so und insofern, und das wiederum muss man dann regeln, da könnte man auch die Frage stellen, wie kann das denn auch baurechtlich? Und dann müssen die Pläne auch nochmal drauf machen, glaube ich. Wo kann man das inbauen, wie kann man den Landverkauf zu gestalten und so. Also da gibt es in den Ausführungsbestimmungen einmal durch, glaube ich, Sachen, wo man das gut beeinflussen kann. Das ist nicht heiß, dass ich entspannt sonntags auf meiner nicht vorhandenen Terrasse eines Hauses sitze und dann auf einmal jemand vor mir steht. Ja, genau. Das ist ja nicht der Sinn. Ja. Und insofern, vom Grundsatz her bin ich eher bei Expand. Da bin ich auch total bei dir. Also, Expand Rights of Way. Farmers finden das nicht so toll, Sozialisten finden das super. Und das verstehe ich total, dass die Farmer das nicht gut finden. Ja. Das ist auch so dieses Lavendelfeld-Dilemma, als auf einmal die ganzen Instagrammer letztes Jahr oder vor zwei Jahren auf einmal an den Lavendelfeldern standen. Und mein Großvater hat sich schon riesig darüber aufgeregt, wenn unsere Fußbälle im Maisfeld gelandet sind und wir immer da rein mussten. Insofern kann ich das aus Sicht der Landwirte total gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz gibt es halt einfach Wege, die benutzt werden können. Und dann kann man irgendwann entscheiden, was allgemein gut ist. Mit den Instagrammern. Ich habe vor zwei oder drei Sommern an der Küste, so Ostsee und so, was Interessantes beobachtet. Und das wusste ich auch nicht. Überall irgendwie am Strand, Ostsee ist ja eher so Stein-Strand und so, waren überall so kleine Pyramiden. Oder so Steine übereinander geschachtelt. Und ich bin jetzt nicht auf Instagram unterwegs, aber mir wurde dann gesagt, naja, das machen ganz, ganz viele Leute, die auf Instagram sind. Wenn sie da irgendwie am Wasser sind, bauen sie diese Steine und lassen sie dann stehen. Machen von sich davon dann irgendwie ein Foto und so. Und das ist total furchtbar, weil ganz, ganz viele Steine dann zusammengesammelt werden und dann diese Pyramiden gebaut werden. Und die stehen dann den kleinen Tieren, die gerade da am Ding sind. Also irgendwie hatte das einen, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber es hatte tatsächlich einen krassen Umweltaspekt. Und es war total schlecht für die Flora und Fauna direkt an den Stränden. Und ich dachte mir so, mein Gott, warum stapeln hier überall alle naselang irgendwelche Leute Steine auf. Aber ja, die stehen dann der Tierwelt und so und der Pflanzenwelt nicht mehr zur Verfügung. Das dazu, das fand ich auch irgendwie, das, aber ja. Das ist auch total spannend. Ich glaube, ich verstehe manchmal nicht, woher bestimmte Dinge kommen. Also so ein paar Trends, ich bin eben auch nicht so bei diesen ganzen Netzwerken unterwegs. Und checke Trends dementsprechend mit so einer Verspätung von einem halben Jahr. Und frage mich dann, was ist denn da eigentlich passiert? Und bei den Steinen zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, es gibt einen Künstler, der dann auch irgendwie mehrfach porträtiert worden ist in den letzten Jahren, der große Steine übereinander stellt, die dann in der, also schöne Skulpturen ergeben. Und der stellt sie halt einfach nur übereinander und sie müssen halt idealerweise erhalten. Und das ist bei der Größe der Steine dann durchaus interessant. Also so als Kunstding kann ich das total gut nachvollziehen. Und dass das so eine Umweltauswirkung hat, das wusste ich auch nicht. Ja, ich muss nochmal, ich fand das sehr, aber ich kriege es jetzt gerade leider nicht mehr zusammen, wie das denn genau war. Ja, wir haben hier wieder Headlines und das ist die Bonbonfabrik, die jemand, der sich gegen die Junkfood-Tags beschwert. Fragen wir an der Stelle jede Woche? Ja, genau. In Bütten sogar. Genau, korrekt. Schön finde ich im Chat auch, ich fand den Trend zu einem verstrahlten See zu fliegen besser, weil der so hübsch grün leuchtet. Oh Gott, ja. Nicht jeder Trend ist vernünftig. Nein. Ja. So, 26. Achso, wir hatten noch 8 über oder so, ne? Und wenn wir jetzt mal drauf gucken, wir kriegen 11, wir kriegen 19. Das ist schon, äh, schon nicht schlecht. Unsere Popularität, naja, wir haben die Wahl gerade gewonnen. Ähm, zwei Wahlversprechen haben wir gemacht. Ähm, unser Defizit ist gesunken. Mhm. Die Weltwirtschaft sackt gerade ab, aber unserem Bruttoinlandsprodukt geht es eigentlich gut. Dafür, dass wir nicht kompetitive Wirtschaft haben, die immer noch da so in der Mitte ist. Dafür, dass wir Gig Economy haben, die langsam zurückgeht. Dafür, dass unsere Luftverschmutzung so groß ist, aber die geht krass zurück. Oh Junge, oh Junge. Ähm, Fettleibigkeit. Hm. Müssen wir wohl wieder ein bisschen was machen in der Richtung. Asthma-Epidemie sinkt, Gott sei Dank. Internet-Kriminalität. Hm. Und das organisierte Verbrechen ist jetzt, ja, stagniert. Kurz vor dem Ziel, dass es vorbei ist. Das sind unsere Probleme. Gucken wir auf die Vorteile, die wir haben. Unsere private Weltraumindustrie steigt weiter an. Das ist schön. Unser technologischer Vorsprung stagniert, aber es dauert, bis es da unten angekommen ist. Also, super. Gibt uns weiterhin Vorteile. Das war es erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da. Und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei Twitch.tv slash andere Lampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.